Samstag, 22. Moin Stelzen, habe ich mich da rausgeholt. Mähwirke sind am 7.16. Wir spekulieren gerade so ein bisschen aufs Wetter. Also es soll ab morgen auf jeden Fall bis anschließend Mittwoch so stets da heute trocken sein. Die Überlegung war heute jetzt schon zu mähen, aber im Wetterbericht steht noch Regen heute Abend. Das ist alles nicht so einfach. Hey, Ronja, alles nicht so einfach, das alte Geschirr hier, aber wir machen ja nur noch sieben Hektar. Also da reicht das alte Geschirr für Hektar Mähwerk. Ist ein bisschen besser als Ron-Mähwerk. Das sieht noch ordentlich aus. Haben wir lange nicht gesehen, hier unser Fäller. Ja, das Ding ist, dass wir schon seit Längerem geplant haben, in Kurzuglaub zu fahren. Wir fahren morgen los gegen 10 bei Romso und sind Mittwochnachmittag zurück. Einmal mit den Kindern ans Meer freuen wir uns auch drauf, aber passt natürlich jetzt mit dem Vorhaben des Mähens nicht. Da dieses Jahr aber bisher zumindest so unbeständig ist vom Wetter her, müssen wir so ein Zeitfenster natürlich nutzen. So, das bedeutet, dass Vater dann, wie gesagt, wahrscheinlich morgen losfährt und die sieben Hektar eben abmäht. Und dann fährt Junior, Joris, der fährt dann eben mit dem Wetter los und tütelt den Kram auseinander. Und dann ist der Plan, dass wir dann Mittwoch die Presse bestellen und das dann wieder abholen, wegholen da. So, und dann soll das da wieder in den Stall rein. Wir werden sehen. 2013 so so zu und so zu Musik 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 Das war's. Das war's. Ich komm. Schau sich das einer an. Der Olaf, der hat eine Geheimtür entdeckt. Hinten lang. Oh Mann ey. Aber die Gitter da hinten weg nimmt dann... Na ja, müssen wir wieder was machen, sonst machen sie wieder das ganze Zelt kaputt. Ja, hier ist auch schon soweit frei. Mal gucken, wie wir das Dach wegkriegen hier. Der LKW noch weg. Bin mal gespannt, wann er kommt, wann das hier losgeht. Hier reiern doch mal wieder. Ja, das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 es dann und da gibt es dann, das sollte jetzt auch schon da sein, die Mail, eine E-Mail mit dem Entsorgungsnachweis und das Wichtigste in Deutschland, falls es von jemand von euch noch nicht weiß, merkt es euch, schreibt es euch hinter die Ohren oder am besten auf einen Zettel. Das Wichtigste in Deutschland ist, dass du einen Zettel hast. Wenn du einen Zettel hast, kann dir nichts passieren, aber du brauchst einen Zettel. So und Gästeernte ist voll im Gang. Hier wird fleißig angeliefert. Aber damit haben wir ja zum Glück nichts zu tun, wo aus geht es immer los, der ist los mit dem Weizen. So, auf dem Hause, jetzt habe ich die Klimaanlage ein bisschen lauter gestellt, ich musste doch ein bisschen schwitzen. Es ist jetzt schon so warm, 27 Grad, 8.50 Uhr. Und gerade kamen diverse Unwetterwarnungen über die verschiedenen Wetter-Apps, die ich so auf dem Handy installiert habe. Und in der einen stand auch schon ab 12 Uhr wahrscheinlich schon, mit starken Gewittern zu rechnen. Jetzt gestern Abend wurde unser Heu aufgepresst. Ich weiß nicht, wie viel das geworden ist. Wie gesagt, wir waren ja im Urlaub. Vater hatte das gemäht und war ein paar Mal mit dem Wender hin. Gestern hat unser Nachbar uns das aufgespartet. Wir haben ja keinen Schwader mehr. Brauchen wir auch nicht für 7 Hektar. Und da war gestern Nachmittag, Spätnachmittag, einer zu pressen da. Und dann wollte Vater dann jetzt anfangen, die wegholen, während ich die Kalister wegbringe. Dann gucken wir gleich mal, wie das da aussieht an der Heufront, dass wir das denn, ich meine, es sind Rundballen. Wenn das da ein bisschen raufregelt, ist das nicht so schlimm. Aber trotzdem ist es natürlich schöner, das trockene Haus zu holen. Keine Frage. Jo. Aber es läuft sich jetzt so langsam alles. Ich rufe mich langsam wieder ein. Es fühlt sich an, als wäre ich ewig weg gewesen. Ist aber ja gar nicht so weit. Sonntag bis Mittwoch ist jetzt nicht wirklich ewig, oder? Ich stehe auf dem Feldweg. Ich darf jetzt mal eben auf dem Handy gucken. Hier ist sonst niemand. Extreme Gewitterwarnung. In feuchtwarmer und instabiler Luft entwickeln sich am heutigen Donnerstag ab den Mittagstunden teils kräftige Witter, die sich nur langsam verlagern. Dabei sind Regenmengen zwischen 30 und 40 Liter in einer Stunde oder 60 bis 80 Liter in wenigen Stunden möglich. Das ist immer, wo es hinfällt. Hagel wäre natürlich scheiße. Gefahr von Sturmböden, so wie Hagel und Hagelansammlung. Das wäre nicht so geil. Hagel brauche ich wirklich nicht. Deutliche Bedrohung für Leben und oder Besitz. In der Form hatte ich das sehr lange nicht. Das ist eine Wetterwarnung. Wer weiß, was dran ist. Wo ist er hingefahren? Da hinten. Wo ist er irgendwann adequate? Aber es war ganz praktisch. Das war's für heute. 29 Grad, Kästkapport ey, ganz gut, alles nass. Ich hab Wendekreis wie im Kreisfortschluss. Das war's für heute. 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 Das wird noch ein bisschen eng. Das passt nicht. Jens sagte, die blöden Gänse haben in der Tränke gebadet und trinken aus der Wanne. Aber jetzt gerade ist das alles frisch gemacht. Mal gucken, was sie jetzt machen. Lass die Tränke sauber. Ja, das ist doch kacke. Ja, und hinterher wieder schimpfen. Gibt nichts Sauberes zu saufen. Das ist richtig. Bagger, baggert. Da übrigens auch super. Da muss Mineralgemisch rein. Unterm Beton. Die ganze Halle ist auf Sand gefurzt. Nein, da ist der Beton, die Sohle auf Sand. Ganz normal. Baugrund, wie beim Haus auch. Kein Problem. Seit 24 Jahren hält das. Aber seit 2024 ist das statisch nicht mehr funktionen. Der Nabel muss in der Reihe mit schreien. Muss alles immer extra mehr kosten, ne? Bekloppt. Ah, jetzt baden sie. Können wir noch mal kurz gucken. Jetzt baden sie auch in der Badewanne. Sehr gut. Passt hier gar nicht alle drei rein, oder was? Dann muss ich noch mal eine andere suchen. Schmerz. 14 Uhr 2, 35 fucking Grad. Da geht es kaputt. Und bei der Luftfeuchte... Boah, ich bin nur am Ölen. Das schafft Kilos weg. Hier. So. Wettervorhersage, die sind sich... Also, die sagen alle was anderes. Das ist egal. Ob du jetzt den Weather Channel guckst, oder Kai Zorn, oder DVD, YouTube, oder die ganzen Apps. Das ist überall anders. Das ist doch nicht mehr wahr, ey. Also, wem auch immer man glauben soll, es soll auf jeden Fall... Das sagen sie, sind sich fast alle einig, bis auf zwei Apps sagen, nö, es gibt kein Gewitter. Aber die anderen sind alle der Meinung, es gibt heute noch Gewitter. Zwischen 16 und 18 Uhr hängen wir an. Und die einen reden von Starkregen mit Überflutungsgefahr. Und die anderen sagen, es gibt vier Liter. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kriegen wir das Heu noch rein, bevor es eventuell regnet. Da haben wir jetzt an der einen Seite noch irgendwie elf oder zwölf Ballen liegen. Und dann kommt er mit der Presse. Der wollte eigentlich jetzt schon da sein, wenn wir gleich sehen, ob er da ist. Im hinteren Teil ist noch ein bisschen was liegen geblieben. Das soll er jetzt zusammenpressen. Wenn das taucht, ist gut. Dann legen wir es weg. Und wenn das nicht taucht, wird das organischer Dünger. Aber das muss da runter. Das muss auf jeden Fall weg. Ich hatte erst tatsächlich gedacht, ob man das nicht vielleicht irgendwie auseinander kehren kann. Und dann lass gut sein. Aber das ist einfach zu viel. Das liegt so dick. Das haut leider nicht hin. Aber das sind diese Wimmerniederungen, Naturschutzflächen. Darf es nicht düngen, darf es nicht nachsehen und nichts. Da kommt auch kein schönes Mal runter. Für unsere Viecher reicht das. Aber geil ist er nass. Kann man mal sehen, wie nass das ist. Leerer Wagen hier. Ich bin jetzt mit dem Schlepper so weit hochgefahren, dass wir hier dann, denke ich, auch mal wegkommen. Wir machen auf den Wagen auch immer nur eine Schicht. Da wird nicht hochgestapelt. Dann kann ich dann so direkt los und dann ist alles gut. So, diese müssen noch weg. Und da hinter dem Busch, da sind noch ein paar Schwaden, die hier noch gepresst werden müssen. Und da sind noch zwei Ballen. Also ein Ende ist in Sicht. Und dann ist der Stall. Also das passt jetzt auch nicht mehr alles da rein. Muss man mal gucken und den Rest irgendwie in Schuppen zwischenlagern oder so. Das findet sich. Ich brauche dieses Jahr eigentlich auch nicht so viel Stroh. Ich will nochmal durchzählen, was wir jetzt noch liegen haben. Dann nehmen wir in Zweifel für die Kartoffeln jetzt die Ballen vom letzten Jahr und machen ein paar Großpacken neu. Damit wir auch mal wieder güldenes Stroh kriegen. Hoffe ich zumindest, dass es was wird dieses Jahr. Und ja, wie gesagt, die Hälfte vom letzten Jahr oder so. Mehr brauche ich nicht. Das Heu war zu knapp und Stroh war zu viel. So, Fallern kommt da hinten mit dem 724. Wollen wir mal hier aufmachen und aufladen. Pressen fertig. Ja, hier haben wir das ganze Heu drin. Es kommt eine Wetterwarnung nach der anderen. Aber eigentlich sollte es schon gewittert haben und geregnet haben. Aber hier ist nichts los. Noch nicht. Vielleicht kommt ja noch was. Aber auf jeden Fall haben wir genug Heu. Ja, sehr schön. Aber der finale Abschluss der Heuernte ist ja eigentlich Regen. Also, let it rain. Da hinten Richtung Hamburg irgendwo. Da hat das gerade geblitzt. Das habe ich gesehen. Man hört es auch ganz leicht ein bisschen grummeln. Aber hier ist nicht wirklich was los. Wir werden sehen. Wenn es noch gewittert, mache ich die Kamera wieder an. Und wenn nicht, sehen wir uns morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. kommt nicht mehr. Bis morgen. Heute stehen die Bausteine alles still. nix los. total leise und alles und überhaupt. ich habe den vormittag gepackt und dann kam heute nicht unser zusteller, der sonst immer kommt, sondern ein anderer und der kam so früh, der war schon vor elf hier, dass ich jetzt euch leider mitteilen muss, dass ich nicht alle bestellungen geschafft habe. da sind noch zehn bestellungen offen und samstags, also morgen, holen die nicht ab. die regelabholung ist nur wirktags. montag bis freitag und daher gehen die letzten bestellungen jetzt montag erst auf reise. ich kann es nicht ändern. normalerweise kommt er nachmittags, dann hätte ich das locker geschafft bis heute mittag. jetzt ist mittag. jetzt ist es halb eins. ich hätte es locker geschafft. aber naja, dadurch dass er die pakete schon abgeholt hat, habe ich mich dann erst mal um andere dinge gekümmert, weil dann habe ich die tage ja noch genug zeit zum packen, wenn das sowieso erst montag raus geht. ein punkt genau so. vatern ist unterwegs, krautfeulebehandlung. 7,16. wir haben ja gestern, das hatte ich ja schon gezeigt, das heu ist alles hier und füttern müssen wir noch heute und dann ist der tag auch schon wieder quasi gelaufen. ich bin jetzt noch im büro zugegangen. fahrt den rechner gerade wieder hoch, weil ich gemerkt habe, ich habe noch was vergessen. muss das noch fertig machen. bezüglich baum habe ich noch nichts wieder gehört. hat sich niemand gemeldet. das warte ich jetzt bis dienstag oder so ab und dann rufe ich da nochmal an und frage mal nach, was da jetzt wohl sache ist. es ist irgendwie ein bisschen unbefriedigend, dass man da nicht mal eine antwort bekommen kann. das nervt mich. wenn ich irgendwo antworten soll, dann muss das immer sofort passieren. naja, so jetzt, ich laufe wieder ins büro. ich habe nämlich jetzt, es ist ja, ich hatte ja neulich schon erzählt, ich habe die Nachbauerklärung gemacht. Kartoffelnachbau für die Saatguttreuhand. das musste fertig und das habe ich auch, war ja auch alles pünktlich und jetzt haben die sich noch wieder was neues ausgedacht und zwar wird das jetzt nochmal gegenkontrolliert über die, also der Handel muss jetzt sicherstellen, dass das alles zusammenpasst. also das heißt, die müssen die Kartoffelsorten mit den Mengen anscheinend irgendwie melden und dafür muss ich jetzt noch ein Formular ausfüllen. keine ahnung, ich habe es noch nicht gesehen. ich gucke mir das jetzt mal an. das geht Gott sei Dank online. Heidesand. und muss das nicht mit Papierkrieg noch machen, aber es wird immer besser. und das, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen und das beim Bürokratieabbau. denken die sich aber erst mal was neues aus, ne? Ja, so. Später. Was ist hier los? Extreme Gewitterwarnung. Rothenburg-Würmme werden gegen 1 Uhr 30. Juni erwartet. Rothenburg und Schleswig. Samstag, 29. Juni, 10.37 Uhr. Habt ihr alles mitgekriegt, ne? So, ich bin hier hinten gerade, weil da war ein Kommentar, den fummel ich jetzt nicht wieder raus, aber was hier los wäre, man hätte den Lkw lange nicht gesehen. Hier steht er doch. Ist doch alles da. Der musste nur da weg, weil da wollte er wohl gern die Walze parken. Ja. Geht hier Dienstag, glaube ich, weiter. Mittwoch soll dann die Platte da fertig sein. Ja, läuft sich irgendwie alles zurecht. Rasen mähen müssten wir mal wieder, aber der Rasenmäher ist in der Werkstatt. Der wollte nicht. Jo, dann bleibt mir noch zu sagen, jetzt gerade, wo ihr dieses Video seht, ist unsere Rabattaktion letzter Tag, letzte Chance. Also falls ihr noch ein Shirt braucht oder sowas, hier sieben Tage zum Beispiel, kann man immer brauchen. Sommer 24 war der Rabattcode. Jetzt heute, wo ihr das Video seht, letzter Tag, der Schluss damit. Und dann gehen Montag und Dienstag die Pakete raus und dann haben wir das auch hinter uns. So, was wollt ihr noch? Was wollt ihr noch sagen? Waren noch irgendwelche Fragen, die ich jetzt noch beantworten müsste? Nö. Nö. Wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Dornchen da lassen und gerne kommentieren, wenn ihr Fragen habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Reinhauen. Wir singen. Oder Nina quatscht noch mit der Kamelfarm. Fahren dann fünf Meter weiter, dann quatschen wir wieder ein bisschen. Da könnte man sich ja nicht auch rinsetzen und noch einen Kaffee trinken. Ich frage ihn nochmal, ob er vielleicht doch noch einen Kaffee will. So, jetzt haben wir das Schloss hier.